Hallo YouTube, ich habe hier was Neues gefunden, ein neues Spielzeug, es nennt sich Google Earth oder Google Earth Ocean. Das erste Mal, dass ich damit rumhantiere, weil ich habe öfter davon gehört und irgendwie finde ich es hammergeil. Ich werde unter dem Video den Link setzen von Google Earth zum Runterladen, ich habe nichts dafür bezahlt und will euch etwas zeigen, was ich im Internet gefunden habe, was mich selber so ein bisschen stutzig macht, zum Nachdenken bringt, also ich habe jetzt nicht die passenden Worte, schaut es euch selber an, also ich zeige euch das jetzt mal hier. Wir vergrößern das Ganze, so, noch sieht man nicht viel außer Berge, Wasser etc. So, jetzt wird es gleich interessant, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es, schaut euch das mal an. Hier sind so Strukturen, wie diese geraden Linien hier zusammenkommen, kann ich nicht erklären. Was ich schade finde, sind hier überall verschwommene Sachen von Google, warum das so ist, ich kann es nicht beantworten. Wenn es jemand weiß, schreibt es mal unten rein, das würde mich jetzt total interessieren, bevor ich jetzt den Google Support nerve. schaffe, aber was ich interessant finde, ist diese Kugel, Leute, also ich gehe ein bisschen näher ran, und zwar zack auf plus, man sieht hier eindeutig, dass diese Kugel hier entlang gewandert ist, hier rüber, hier runter, durch den verschleierten Nebel hier, hier entlang, vielleicht mache ich es mal ein bisschen kleiner, hier runter, durch den Nebel, hier entlang, hier weiter. Jetzt kann ich da nichts sehen, also hier ist alles verschleiert. Wie gesagt, wenn es jemand weiß, drunter schreiben. Was ich jetzt interessant finde, ganz ehrlich, es sieht nicht so aus, als wenn die jetzt einfach so dahingerollt ist. Man könnte meinen, hier dieser Berg, oder dieser Berg, vielleicht ist die Kugel irgendwie hier runtergerollt, also dieser Stein, und jetzt wird es interessant, liebe Leute. Dieser Stein, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer. Noch größer. Was meint ihr, wie groß dieser Stein ist? Hier gibt es eine Funktion, dass man was messen kann, also die Größenfunktion. Ich habe es erst heute herausgefunden, aber probieren wir es mal. Falsch. Ich probiere weiter. Man kann hier irgendwie jetzt Entfernung messen. Das probieren wir jetzt mal aus. Aha. Jetzt wandere ich da mal weit drüber. Schaut euch das mal an. Ich bin ein bisschen bescheuert. Nochmal Entfernung messen. Zack. 4,56 Kilometer. Hier unten sieht man es. Wir reden hier von fast drei Meilen. Von 5 Kilometern. Also 5 Kilometer. Lasst das mal auf eure Zunge zergehen. Wie weit sind 5 Kilometer? Für 5 Kilometer braucht man ungefähr, wenn man läuft, also spaziert, ein bisschen schneller, etwa eine Stunde. Mit dem Fahrrad würde ich sagen 10, 15 Minuten. Leute, 5 Kilometer ist hier dieses etwas da lang gerollt, hier runter gerollt, also 5 Kilometer, 10, 15, 20, ich würde sagen etwa an die 30 bis 40 Kilometer hier entlang gerollt. Einfach so von dem Berg runter, hier rüber, da entlang? Nein, das glaube ich nicht. Man kann hier jetzt ein bisschen rumspinnen. Mich würde es ja interessieren, was habt ihr für Ideen, was das sein könnte. Wenn man ein bisschen rumspinnt und sagt, es sieht ziemlich rund aus gut, natürlich entstanden, okay vielleicht, aber wie wandert dieses Ding da hier? Was jetzt super, super interessant wäre, ein neues Foto, wenn sich dieses Teil weiter bewegt, im Zickzack, in Linien hier, ganz ehrlich Leute, dann würde ich meinen, dass diese Kuppel irgendeine Struktur da drin lebt, meinetwegen eine Stadt, die hier rumwandert, spazieren fährt und keine Ahnung, Nährstoffe aufsucht oder baggert oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Mich würde jetzt echt interessieren, was ihr denkt. Bullshit oder echt interessant, wie es hier runtergewandert ist, wandert vielleicht noch irgendwo dahinter, aber man sieht es ja leider nicht. Und wie gesagt, wäre super, wenn man das weitergucken könnte, also neue Aufnahmen von Google, haben wir alles nicht. Alles Spekulationen, ich habe kein U-Boot, sonst würde ich da jetzt sofort reinsteigen, sofort dahin und sofort angucken und das Ding suchen. Ganz ehrlich Leute, müssen wir irgendwie Geld zusammenkratzen und dann machen wir das. Also, würde mich super interessieren. Teilt das Video, diskutiert mit mir, schreibt drunter, ich antworte jeden. Mich würde es echt interessieren, was ihr denkt. Totaler Humbug, ist es ein UFO, sind es fremde Leute, alles Spekulationen, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ihr auf ganz andere Gedanken. Ich fände es klasse. Haut es unten rein. Was mich jetzt ganz, ganz, ganz besonders freuen würde, wenn es euch taugt. Ich werde jetzt jeden Tag ein Video machen über alles mögliche Lifestyle News, Tests, alles was mir gefällt, Geld. Wenn ich Sachen finde, die mir nicht gefallen, werde ich sie auch beschreiben. Gebt mir ein Abo, das ist meine Bezahlung. Ich freue mich auf ein Abo, auf ein Like und würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut es in die Tasten, schreibt drunter, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr darüber denkt. Mich reizt es in den Fingern. Mensch, hätte ich jetzt ein U-Boot. Habt ihr ein U-Boot? Ich komme sofort mit. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, Servus, fiert euch, auf Wiedersehen. Goodbye, auf Wiedersehen.